Alter! Einer ist hinter dem... Alter! Oh mein Alter, leck mich doch! Sehr gut! Geil! Diese Idioten! Unser Haus renoviert haben Schon drin gewohnt haben Zu der ersten Zeit Da war dann auf einmal Zu einer richtig... Das war die größte Spin, die ich bisher erlebt habe Die ist irgendwie Da hat sich die Deckenlampe ab Und da war halt das große Loch, wo dann die Kabel sind Und irgendwie habe ich mich da drunter umgezogen Auf einmal fällt die mir direkt auf den Kopf Oh! Oh! Zum Glück war ich noch so müde, dass ich das nicht richtig realisiert habe Ich habe es dann erst später realisiert Und dann habe ich mir nur gedacht Ach du Scheiße, jetzt bin ich Helfer So Oh ey, das ist ja eklig, Alter Ja, ich hasse diese Viecher, ey Oh Ich meine Ich lasse sie leben, wenn sie nicht an mir rumkrabbeln Ja, ja Sau Aber Sobald einer an mir ist Ja Was kalt ist gerade Im Kreißsaal Der Der wird mit oder? Ne Hm? Was? Der wird harte oder wie? Ja Hier ist nichts Okay Okay Kalt Heute sind aber richtige Horden unterwegs Hm Immer vier Mann hatten hier Ja Kriegen noch einen auf dem Wanst Das ist noch eine Mühle, da ist Ich kümmere mich erst mal um die Hunde Ja Ja Komm Junge, gib Gas hier Warte Achtung, Schüsse von Da vorne Ah, auch nicht Blödmann hat das Tor zugemacht Guck mal Knall mal die Eif ab Oh Wollte ich gerade Da hat es mir einer Einer reingedrückt Scheiße Verpisst euch Au Hallo Weg Anderer Oh Einer ist hinter dem Einer ist hier vorne Der kommt Warte ich muss Der kommt immer näher Ich muss mich erst mal impfen Der andere hat ein Springfield Mann, dass man hier nichts sieht In dieser Drecksbude Hallo Vom Gefängnis aus Schießt noch einer auf uns Ja das ist der Der ist an der Mauer da Achso Der hat aber irgendwas anderes Der andere ist Der andere ist hier vorne auf dem Weg Ich seh ihn Scheiße Ich brauche langsam Munition Ey Dahinten an dem Turm war welcher Alter leck mich doch Mich hat der mit der Springfield jetzt schon zwei getroffen Aber 20 HP immer weg Einer ist jetzt hier hinter Oh nein Oh nein Der war jetzt her Nein Scheiße Mist sind los Die Bombe verschmissen Ich hab einen Hit Der eine ist hier Der eine ist hier Nein Scheiße Ja Fick doch die Henna Aber Sag Gott Den hat ich ein bisschen angeschlitzt Ja Oh Die Sau Heile dich Scheiße man Sehr gut Sehr gut Geil Diese Idioten Ja man Ein Schuss Ein Kill Sehr gut Oh Medikit Hier vorne Ja Das bricht auch nicht Ey Einfach zwei Spritzen grad verballert Ey Diese Bastarde Ich hab leider daneben geschossen Ich hab leider daneben geschossen Als du Auf den Zuge ran Dann äh Als wir euch messern wollten Eine Leuchtpistole angekriegt Nicht Munition Aber die Leuchtpistole Nein Eine komplette neue Leuchtpistole Ja Komm lass uns Bevor noch mal Munition Ja Turm Hast du was zum Deckbomben? Ja warte Das bricht gleich weg Bei der Ruhe Pass auf Da kommt der Made Da war Öl oder sowas Was ist los? Da war Öl Da war eine Ölpfütze Da war eine Ölpfütze Ey das ist immer Munition oder was? Mhm Ich weiß warum ich gestern aufs Klo musste Ja Warum? Ich hab doch So Federweiser mitgebracht aus der Kaufhalle Letzte Woche Ja Ja Und Der 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 hat jetzt schon schon richtig Also Ist ja schon fast eine Woche her Mhm Und der hat er wahrscheinlich Durchgezogen gestern Also gegeert oder wie? Mhm Da war die Not am grössten Da war die Not am grössten Alter jetzt muss man doch sweetbill Alter Zappel Philippe ey Zappel Philippe ey Zappel Philippe ey Zappel Philippe ey Raben Oh ne Gegengiftspitze bekommen Ja Ich krieg nur Schund Ich bin jetzt voll mit Dynamitos gestattet Mhm Alter Ich war grad Zwei Meter von dem Raben entfernt Aha Nicht ausgelöst Nö Also dieses Wahrscheinlich Soll einer mal verstehen Ja ach meint Das ist sinnlos Das versteht keine Sau Warte bis du 10 Meter weiter weg bist Dann fliegen sie wieder hoch Ja Ich glaub da sind schon welche drin Ne ich weiß Das ist ja superb Warten Aber lass mich mal kurz alleine rein Ja Du hast ne Sticky? Ja Okay Oh Aber von hinter uns Von dem Von Richtung vor Von dem Turm? Ja Von dem Turm? Jetzt bin ich wieder weg Alter So lange hatte ich Sticky Bomb noch nie in den Händen Ich hab vor den Raben aufgestreckt hier links Knall die Spinner ab dann ne? Hier rennt schon einer hier oben Hat zwei Hits abgekriegt Sein Partner ist hier vorne bei mir Die sind beide hier Okay Der eine ist oben auf dem Dach Der andere ist hier vorne Nein was will der denn jetzt? Knall die Spinner ab Knall die Spinner ab Aber ich weiß nicht von wo Achtung da kommt was geflogen Nichts Knall die Spinner Aber man auch noch wo ist Ich hab aber kein anderes Trepp hier unten irgendwo rum. Haben wir ihn gespusten? Ja, der ist hier unten an der Tür, hier unten. Nein, der hat auch nur Romero, der Hauptaub auf der Kiste. Wenn du rauskommst, direkt links. Also jetzt rechts, genau da um die Ecke. Genau da, wo du hinguckst, ja. Lass aber weg. Wann will er seinen Partner jetzt ritzen? Oh Mann, ich war so ein Stück zu spät. Scheiße! Nee, das war der, oder? War das jetzt unser Erster? Ja. Völlig verwirrt schon. Was ist denn meine Aufgabe, Leute? Tötet sie in Schwarmmutter. Ja. 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 Ja.